Musik Wir sind heute auf der Straße, weil heute die Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt am Main-Tag. Wir machen Lärm dafür, dass Kinder und Jugendliche Freiräume erhalten. Wir bekommen immer wieder gesagt, wie toll wir sind und wie klasse das ist, dass wir das machen. Das Ganze muss ich aber finanziell auch in unseren Zuschüssen wiederfinden, damit wir diese gute Arbeit aufrechterhalten können. Musik